ich spiele jetzt seit 2014 dieses spiel hier aber das was heute oder gestern passiert ist ist mir noch nie passiert ich meine mir schon viel passiert hier in clash of clans also von natürlich klankriegs angriffe vergessen über vergessene clan spiele oder nicht gemachte nicht 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 gemachte angriffe hier im in der klaren stadt über versehentlich rausgeschmissen member ist alles schon passiert aber eine sache ist mir tatsächlich noch nie passiert und das coole ist mein clan reagiert da gar nicht drauf ja mein clan reagiert da gar nicht drauf so nach dem motto torsten war das richtig was da gemacht hast aber wir gehen mal rein um was es sich eigentlich handelt denn es handelt sich um einen wirklich wirklich coolen anruf von mir wer mir eigentlich nur alle jubiliare mal gelingt aber die schönste blimp aller zeiten hier gespielt und ich schon stolz dass die blimp so weit gekommen ist ihr wisst ich bin nicht so der ultra blimp spieler aber ich glaube die ist mir mal richtig richtig gut gelungen aber sich selber also der anruf war sowieso denke ich mal war in ordnung von mir 14 auf 14 11 ist auf jeden fall voll auf augenhöhe und hier habe ich auch mal 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 so ein bisschen sauberer drauf geachtet wo gehen denn meine truppen eigentlich hin und was lebt eigentlich noch alles okay die ganze klaren burg glaube ich schaffe ich auch noch die kriegen geht auch noch mit dauern okay die klaren buch schaffen wir jetzt nicht nicht ganz ganz so ganz aber nichtsdestotrotz haben wir in der mitte schon mal ganz gut aufgeräumt würde ich sagen knapp etwas über 20 prozent und ja dusseligerweise fliegen jetzt die 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 super minions erst auf meinen auf meinen king und ziehen da die aufmerksamkeit auf sich aber die queen hat das genau geblickt sehr schön und hier hinten konnte ich dann schon mal mit den drachen reingehen und ihr seht die ganze flanke hier unten und und da wo jetzt die drachen reiter sind alle oder es ist alles schon leer und die können jetzt eigentlich ganz bequem hier durchfliegen allerdings ja ich habe den ich habe den rollchampion jetzt ziemlich früh ziemlich früh gedrückt weil ich die hoffnung hatte dass der unter umständen schon den den feger mitnimmt denn der feger hat hat wenigstens einmal gefegt durch jede feger wenigstens einmal gefegt und deswegen war das an der stelle so ein bisschen bisschen dusselig dass ich die truppen nicht ganz in die mitte reingedrückt bekommen habe aber in der mitte war sowieso nicht mehr so viel und jetzt zieht außen noch recht gut was lang also was heißt recht gut was sagen ich habe noch einiges an drachen ich würde fast sagen ich habe fast kein drachen verloren das sind immer noch 1 2 3 4 5 6 7 glaube ich oder 6 1 2 3 4 5 6 also ziemlich viel drachen habe ich noch so ganz ganz späte wortze und wie ich finde ein wirklich schöner angriff von mir eigenlob müffelt so ein bisschen ja aber lässt letztendlich hat uns überhaupt nicht weitergebracht letztendlich hat uns gar nicht weitergebracht die drei sterne hier die drei stelle war gut ja aber die drei sterne waren unnötig sie waren sehr unnötig weil auf diese bs waren schon drei sterne das mir noch nie passiert leute das ist mir noch nie passiert dass ich eine bs angegriffen habe die schon drei sterne hatte ich habe mich so gefreut über diesen angriff und dann sehe ich dass sie gar keine sterne fliegen weiß normalerweise zack 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 fliegen daher so die sterne und es flogen gar keine sterne ich habe gedacht wieso fliegen keine sterne ja weil der black ninja den schon vor mir gemacht hatte also das ist mir wirklich 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 ich schwöre dass es mir noch nie passiert es kann sein dass ich mit anderen ausgeguckt habe auf diesen dann hängen geblieben bin und einfach attack gesagt habe sehr ärgerlich sehr ärgerlich kann ich euch sagen nichtsdestotrotz haben auch schon ein bisschen angegriffen dann wo wir schon mal hier sind zeige ich euch noch so wie einen ein oder anderen angriff hier aber das ist mir wie gesagt echt noch nicht passiert vielleicht lag es auch daran dass ich noch um die um die 200 nachthof angriffe gemacht habe damit ich endlich wieder auf die 5400 gekommen bin die die gestern im live stream waren haben mein leid wieder mitbekommen ging gar nicht und ich habe die halbe nacht hier noch gezockt nur um auf diese 5400 im nachthof zu kommen ich rede da jetzt auch nicht mehr von ich möchte auch nicht mehr von reden da mache ich jetzt also im moment bin ich dahin mutiert dass ich nur noch das im moment nur nur das nötigste mache also die klaren spiele sind ja doch nicht so schrecklich wie viele gedacht haben ja viele haben wir gedacht ihn bei den klaren spielen gibt es jetzt immer spiele wo was weiß ich hier mache die juwelenmine fünf mal und die juwelenmine ist immer in der zweiten stage weiße voll voll schwer aber so ist es so ist es glücklicherweise nicht okay was hat er gemacht ein lupenrein ein lupenreine blip und lalo hinterher mit vier hunter noch verhältnis also kopf jägerinnen kopf geld kopf jäger kopf kopf geld jägerinnen kopf jägerin kopf jägerin kopf jäger oft auf englisch auf englisch zocker er kommt jetzt hier zwar so ein bisschen bisschen komisch hier raus aber will sicherlich die anderen uns noch von oben spiel und da passen natürlich die tesseln tesseln nicht dass die dass die balance nicht ganz so hart nach außen fliegen okay eigentlich lebt er noch ziemlich viel ich wundere mich wirklich okay die queen hat es aber geschichte jetzt rennen die jetzt rennen die noch weiter zum king hier ok da kann er natürlich oder da kann die kleine natürlich nichts nichts gegen ausrichten außen noch mit der titanin die mit der schönen aura immer noch für ein bisschen schaden sorgt und gold champion jetzt auch ganz ganz spät gezündet luftabwehr ist noch da doch ein paar ballons sind auch noch da aber so hat er den ganz gut gemacht wir gucken uns aber noch einen an rathaus 13 auf rathaus 13 in aber gestern abend schon gesehen würde ich aber ganz gerne noch mal festhalten für die die das immer ganz gerne sehen wollen auch rathaus level 13 luftangriffs strategie was man machen kann und was ja ich spiele es auch tatsächlich wenn auch nicht immer erfolgreich aber ich spiele es halt denn wenn man sich probiert leute das wissen selber dann wird das in der regel weniger oder nichts aber dieses wurde auf jeden fall ein lupenreiner drei sterne und jetzt muss ich mal gucken welcher war es ich glaube es war der 13 auf 13 jahr also auch hier ganz ähnlich wie die beste hier machen konnte also typische box base das sparkling sich hier vornimmt gegen den assist aber ich weiß gar nicht was es führen was es für ein klein ist aber im moment habt ihr glaube ich gerade eben so ein bisschen am ergebnis gesehen 35 34 ist noch ganz gut auf augenhöhe und im moment ist es sowieso ein bisschen unheimlich bei uns hier bei den herausforderern was hier im moment passiert wir sind jetzt schon wieder in liga planung das passiert in jedem fall und der clan totus bande wird wieder aufmachen für neuner zehner elfer vielleicht zwölfer neuner sind vielleicht schon ein bisschen klein vielleicht schon ab rathaus level erzählen da muss ich mal sehen wo wir wo ich vielleicht auch selber als neuner unterkomme vielleicht in einen von euren clans wo man als rathaus level 9 noch so ein bisschen mitspielen kann und würde ich das gerne machen und im clan deutschland dort spielen wir 14 13 12 wenn ich sogar 15 aber wir spielen vermutlich eine kleinere liga wir haben ja jetzt immer bei totus bande und im clan deutschland eine 30er gespielt da weiß ich nicht ob wir das noch hinbekommen denn die planung geht weil wir hier so hart gewachsen sind im im claren herausforderer da geht jetzt die planung dahin dass wir in meister 2 vielleicht eine 30er spielen könnt ihr mir gerne mal in die kommentare schreiben ob das sinn macht im meister 2 eine 30er zu spielen oder doch lieber nur eine 15er und ich muss halt sehr sehr viele 15 weg schicken in den claren zum beispiel herausforderer dass sie da mitspielen können dann ist dann natürlich ein zwei liegen tiefer ja und das möchte ja vielleicht auch der ein oder andere gar nicht ich meine die max leute sagen mir ist egal wo ich liga spiele mir ist es auch egal wo ich liga spiele ich kann die medaillen gebrauchen aber die medaillen sind im moment für mich kein must have sondern eher nice to have aber auch hier schön gemacht schöner lalo part und haben auch gestern abend schon gefeiert mit einem hype hatten auch so ein paar kleinere fails dabei was was jetzt nicht so schlimm ist 99 auch wieder mit am start also sowas na ich finde es eigentlich gut dass immer oder das überhaupt alles so dabei ist also von drei jahren zwei jahren ultra fails hier von selina glaube ich 99 da unten ist natürlich sehr unglücklich aber alles nicht so schlimm wir kompensieren das alles und ich hoffe mir ich hoffe mir passiert sowas nicht noch mal dass ich jemanden angreife der schon drei sterne hatte das ist mir wirklich noch nicht passiert in meiner laufbahn leute ich würde davon nicht berichten wenn es anders wäre so muss ich sagen was gibt es sonst neues in clash of clans eigentlich nichts außer das bookdorf da möchte ich auch gar nicht mehr drauf eingehen schöne events natürlich clanspiele solltet ihr machen ja wir ich habe hier noch gar nichts gemacht ich muss jetzt mal ein bisschen reinhauen aber ich kann mich immer so ganz schlecht entscheiden was mache ich denn eigentlich aber wie gesagt diese ganz ganz bösen spiele die blieben aus dass du irgendwas in dem nachtdorf machen muss was immer in der zweiten stage ist also ich habe noch kein ich habe noch nicht so als gesehen habe aber auch schon nachtdorf dinger gemacht und ihr seht es gibt natürlich auch schon nachtdorf mit den neuen truppen auch nachtdorf spiele also voll integrierte die clanspiele mit um das nachtdorf 20 finde ich eigentlich auch in ordnung aber die nächste liga wie gesagt geht in ein paar tagen los in ein paar tagen ist gut in acht tagen 21 stunden aber man kann ja nicht früh genug plan damit du wirklich dann am tag x auch wieder alle clans sauber befüllt hast und wir können wieder einsteigen in die juni liga ich hoffe ihr freut auf jeden fall darauf denn wir werden einiges wieder live mitmachen wahrscheinlich auch so den einen oder anderen live stream den wir so zwischendurch machen abseits von montag mittags und freitags ja das sind ja eigentlich meine stammtage könnt ihr aber nachschauen auf twitch tv und dann bleibt auf jeden fall am ball ich hoffe das video hat euch trotzdem ganz gut gefallen und ich hoffe dass ihr euch sowas nicht passiert wie es mir passiert ist also erst immer checken sind da schon sterne drauf ja nein wenn ja dann greifst du nicht an wenn nein so einfach ist das vielen dank für eure aufmerksamkeit bis dahin daumen nach oben bitte euer tuto clasht